1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, das sollte jetzt funktionieren. Hallo, hallo. Es ist mal wieder Freitagnachmittag. Zeit für einen kleinen gepflegten Stream zu den Grundlagen der Elektrotechnik. Get to know. Heute nicht im Sprechstundenformat. Ich sitze nicht im berühmten Besprechungsraum. Es sind heute auch keine Studierenden bei mir. Ich sitze in meinem Büro vor meinem Greenscreen. Weil ich nämlich was ausprobieren wollte. Wir hatten ja am letzten Mittwoch, an diesem Mittwoch, vor zwei Tagen, die zweite Leistungskontrolle für diesen Semesterdurchlauf oder eben die Leistungskontrolle in diesem Semester. Wie immer als eine Online-Leistungskontrolle, das heißt wie immer, wie seit Pandemiezeiten als eine Online-Leistungskontrolle im Moodle als Open Book und Open Web Test für die Studierenden. Das heißt, man kann alle Hilfsmittel, alle Möglichkeiten nutzen. Man kann seinen Taschenrechner benutzen. Man kann in Büchern im Tafelwerk nachschauen. Man kann im Internet surfen. Man kann die Wikipedia befragen. Man kann natürlich auch ChatGPT nutzen. Und das wollte ich heute mal ausprobieren. So, das heißt, ich habe mich hier auf der rechten Seite im Browser in unserem Lernmanagementsystem angemeldet, als ich selbst. Die Testzeit hier sieht man ist natürlich schon geschlossen. Ich kann trotzdem als Lehrperson natürlich mir einen Testforscher anschauen. Und ich habe hier drüben ChatGPT offen, wo ich mit meinem Account angemeldet bin. Und jetzt steht hier, Test hat ein Zeitlimit von 1 Stunde 30 Minuten. So viel Zeit habe ich heute nicht. Ich habe heute nur noch ungefähr eine halbe Stunde. Da muss ich weg. Mal gucken, wie weit ich in einer halben Stunde komme und wie hilfreich ChatGPT dafür ist. Also ich glaube auch nicht, dass man in... Mal gucken. Vielleicht prioriziere ich jetzt, dass man das in eineinhalb Stunden mit ChatGPT schaffen kann. Geschweige denn, wie viele Fragen davon richtig sind. Aber probieren wir es einfach mal. Ich klicke auf Versuch beginnen und jetzt kommt hier eine Frage. Und ich mache jetzt nichts anderes, als diese Frage hier rüber zu kopieren. Die können wir nebenbei irgendwie so ein bisschen diskutieren. Ich gucke mal, ob das hier alles so richtig kopiert wurde. 160 Watt, 74 Volt Ampere reaktiv an einem ohmsch induktiven Verbraucher als Blindleistung und Wirkleistung. Der wird an einer bestimmten Spannung, sinusförmige Wechselspannung mit einem Effektivwert betrieben und einer Frequenz. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist der Leistungsfaktor dieses Verbrauchers? Und wir senden das mal ab und gucken mal, was hier so irgendwie passiert. Um den Leistungsfaktor des Verbrauchers zu berechnen, ich mache mal die Schriftgröße ein bisschen kleiner, müssen wir den Verhältniswert, spannende Formulierung, man könnte auch einfach sagen, das Verhältnis der Wirkleistung zur Scheinleistung ermitteln. Das ist schon mal richtig. So, die Scheinleistung kann man ausrechnen aus P² und Q² und davon die Wurzel, auch das stimmt schon mal. So, jetzt können wir da einsetzen, 160 und 74, gucken wir nochmal, 160, 74 zum Quadrat. Ich stelle fest, ich hätte mir mal hier einen Taschenrechner, aber ich suche mir gleich Oktave. So, das kann aber stimmen, 160 und Quadrat und 74 zum Quadrat, davon die Wurzel, dass das so ein bisschen größer ist. Die Scheinleistung beträgt also etwa, schöne Formulierung, könnte studentisch sein, etwa, Komma, Komma, Nachkommastelle. So, und der Leistungsfaktor ist P durch S. Setzen wir die gegebenen Werte ein, kommt da das raus? Das könnte sein, das erscheint mir nicht unplausibel. Probieren wir mal diese Antwort zu prüfen. Tatsächlich, stimmt, richtig. Hier ist jetzt ein bisschen anders gerundet, 0,908, wahrscheinlich sind das 0,9075 oder sowas. Okay, nächste Seite. Eine konstante Gleichspannungsquelle. Jetzt muss ich mal hier gucken, wie ich hier einen neuen Chat mache, weil das jetzt eine neue Aufgabe ist. Eine konstante Gleichspannungsquelle von 111 Volt wird für 3 Millisekunden an einen Widerstand von 20 Ohm geschaltet. Dann wird der Schalter für 3 Millisekunden geöffnet und dieser Vorgang wiederholt sich periodisch. Ja, also so eine Rechteckpulsfolge mit einem bestimmten Tastverhältnis. 3 Millisekunden zu 3 Millisekunden, 50 Prozent, 110 Volt. Das Schaltverhalten ist ideal. Der Schalter schaltet unendlich schnell, schaltet exakt aus, exakt ein. Welche mittlere Leistung wird im Widerstand umgesetzt? Und das soll man in Watt angeben. Okay, schauen wir mal, was ChatGP dazu sagt. Um die mittlere Leistung zu berechnen, müssen wir den Effektivwert der Spannung und des Stromes kennen. Das ist schon mal richtig. In diesem Fall, ich klicke mal das hier weg, haben wir, und ich klicke mal das hier wieder weg, eine konstante Gleichspannungsquelle, die für 3 Millisekunden, die Periodendauer beträgt 6 Millisekunden. Sehr richtig, sehr richtig. Die Effektivspannung einer rechteckförmigen Spannung mit einem Tastverhältnis von 50 Prozent, schon angesprochen, beträgt 0,707 mal den Spitzenwert. Da würde ich sagen, das stimmt sogar auch. Ich hätte das im Zweifel etwas anders hergeleitet und hätte gesagt, Hälfte an, Hälfte aus, also 0,5 und von 0,5 eben die Wurzel, das ist 1 durch Wurzel 2, von 1,5 die Wurzel ist 1 durch Wurzel 2 und das ist 0,77, das passt. So, und damit ist der Effektivwert das und jetzt kommt, der Effektivwert des Stromes kann man mit dem ohmschen Gesetz berechnen, also das durch 20 könnten ungefähr 3,9, knapp 4 Ampere sein und die mittlere Leistung, das ist jetzt spannend, dass JTPT sagt, jetzt machen wir I² mal R, man hätte natürlich auch gleich U² durch R rechnen können, aber vielleicht kann er es einfach mal rechnen, ich weiß nicht, hier kannst du ja auch durchrechnen, also I² mal R, 4 zum Quadrat sind 16, 16 mal 20 können ungefähr knapp 300 sein, also die mittlere Leistung beträgt 300 Watt. Dann setzen wir das doch mal hier ein, ohne das jetzt nachgerechnet zu haben mit dem Taschenrechner, einfach so im Kopf und von dem, was hier steht, nicht unklausibel, nicht unklausibel und das stimmt auch, spannend, spannend. Okay, hier haben wir den gleichen Fragentext. Wie groß ist der Effektivwert der Spannung? Das steht ja hier schon. 78,8, da kopiere ich das einfach mal rein und klicke auf prüfen. Okay, das ist richtig. Hey, JTPT, du bist gar nicht so schlecht. So, ein ohmsch induktiver Verbraucher. Das hatten wir ja gerade schon mal. Jetzt ist die Frage, wie groß ist der Widerstand des Verbrauchers? Das heißt, ich gehe mal hier raus aus der Nummer, gehe wieder in das Leistungsfaktor berechnen Teil rein und frage jetzt, send Message, wie groß ist der Widerstand des Verbrauchers? Da bin ich jetzt mal gespannt, weil das ist nämlich meines Erachtens jetzt relativ tricky zu rechnen. Was man jetzt machen könnte, oh, und JTPT überlegt auch schon eine ganze Weile. Also, wenn wir P und Q haben, haben wir schon gemacht, können wir S ausrechnen, so wie hier oben. Wenn man die Scheinleistung hat und die Spannung, dann kann man natürlich den Strom ausrechnen. Und wenn man jetzt den Strom hat und die Wirkleistung, so wie hier oben, dann kann man die gleiche Formel wie eben nehmen. P ist I² mal R und das nach R umstellen. Also, das P durch das I² rechnen, das I², wie gesagt, kriegen wir hier oben raus aus dem S. So, mal gucken, was JTPT sagt. Das sagt, um den Widerstand haben wir den Scheinwiderstand Z, Impedanz Z, eines ohmschinduktiven Verbrauchers, R² plus X², mit Widerstand und Reaktanz. So, und die Reaktanz ist 2 mal Pi mal F, das ist Omega mal L, das stimmt. Und die Frequenz beträgt das und das. So, naja, jetzt rechnet uns das schon mal die Induktivität aus mit, hu, der Formel Q ist 2 mal Pi mal F durch L, das ist, glaube ich, Quatsch. Weil die Blindleistung ist ja nicht 2 mal Pi mal F mal L, da steht ja hier oben gerade, dass das X mal L ist. Also, 74 Volt Ampere reaktiv durch so und so viel Hertz kann man sich schon überlegen, dass da nicht Henry rauskommt. Da muss noch, müsste noch irgendwo mal die Spannung. So, und jetzt kann man das da, setzen wir das in die Blindreaktanz ein. Okay, so und so viel Ohm, der Scheinwiderstand ist irgendwie sowas. Jetzt setzte das hier ein. Naja, ich glaube schon, dass dieser Wert hier Quatsch ist, weil das auf dieser falschen Annahme hier oben, dieser Formel beruht. Die Formel hier ist einfach falsch. So, um die Scheinleistung zu berechnen. Jetzt U durch Z, jetzt kommt der Strom. Naja, lösen wir nach R auf. Ziemlich fiese Gleichung hier. Der Widerstand des Verbrauchers beträgt 92 Ohm. Ich glaube ja nicht, dass das stimmt. Also, von der Größenordnung her ist der Zahlenwert vermutlich nicht verkehrt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Klicken wir mal auf prüfen. Naja, stimmt auch nicht. Da sind, das ist noch, noch ein bisschen mehr. Noch ein paar mehr Ohm. Also, hier liegt JGPD daneben. Äh, die Formel hier ist falsch, ne. Das, also sieht eigentlich hier im Blinder mit Rückstock, das, das X kann nicht das Q sein. Das stimmt auch von den Einheiten einfach nicht. Die Rechnung hier stimmt auch von den Einheiten ja nicht. Aber das Problem ist, es sieht plausibel aus. Es sieht nicht mal schlecht aus. Aber es ist leider falsch. Okay, also die erste Frage, die vierte von vier Fragen hat JGPD falsch gemacht. So, jetzt haben wir einen neuen Fragentyp. Ein Widerstand, ein Kondensator, eine ideale Spule bilden einen Reinspinkreis mit einer bestimmten Güte und einer Resonanzfrequenz. Wie groß ist die Induktivität dieser Spule? Da mache ich eine neue Frage auf, klicke die hier rein und klicke auf Send Message und klicke mal das wieder zu, sodass hier mehr Platz ist. Und Resonanzfrequenz FR, den Index hat er jetzt hier einfach zu einem normalen Dings gemacht. Ich glaube, das ist schon okay. So, jetzt gucken wir mal. Also, um die Induktivität der Spule zu berechnen, nehmen wir die Resonanzfrequenz eines Reinspinkreises. 1 durch 2P, Wurzel LC. Das passt schon mal. F ist die Resonanzfrequenz, L ist die Induktivität der Spule, C ist die Kapazität. Jetzt stellen wir das um. Nach dem L setzen die Werte in die Gleichung ein. 18 Millifarad. Jetzt muss man mal gucken. Ja, beachtend. Beachte, dass wir die Einheiten in SI-Einheiten, also es sind hier oben natürlich auch schon SI-Einheiten, aber es sind noch keine Grundeinheiten. Millifarad zu 0,08 Farad. Also, SI-Einheiten sind das hier oben schon, aber die haben eben noch Einheitenvorsätze. So, und dann berechnen wir das Ergebnis und dann soll das in Mikro-Henry rauskommen. Er wandelt uns das hier in Milli-Henry um und auch in Mikro-Henry. Und ich vermute ja, dass das jetzt irgendwie falsch ist. Das erscheint mir 19,6 Milli und Mikro. Das erscheint mir viel zu viel. Ich vermute, dass hier in dieser Rechnung irgendwo was falsch ist mit dem... Na ja, Moment. Das interessiert mich jetzt mal hier. Ich mache mal Octave auf. Die Octave-Gui. Und die erscheint jetzt hier. Jetzt muss ich die mal ein bisschen was kleiner machen. Warum ist die so groß? Ah ja, hier ist das. Guck mal, wenn ich draufklicken will, geht das Fensterchen weg. Das ist ja komisch. Ich kriege das nicht kleiner. Das ist irgendwie zu groß. Egal. Also, jetzt muss ich hier gucken, wie ich mir die Werte hier mal vorgezaubert bekomme. Also, C sind 18 Millifarad und Fr sind 192 Hertz. So, also C ist 18 E hoch minus 3. Fr sind 182 Hertz. So, dann können wir daraus natürlich Omega R ausrechnen. Omega ist 2 mal Pi mal F. Ja, mal Fr. Und dann sieht man hier, das sind jetzt 1000 irgendwas. Und jetzt ist ja Omega R ist 1 durch die Wurzel von L mal C. Und das wollen wir jetzt nach L umstellen. Also, nehmen wir die ganze Gleichung und quadrieren die. Mache ich da ein Quadrat hin, mache hier die Wurzel weg. Und jetzt nehmen wir das L hoch. Schreiben das hier hin und nehmen das Omega R Quadrat. Und schreiben, ich kann hier irgendwie nicht markieren, schreiben das hier hin. Omega R. Contact Cookies. Omega R Quadrat. So. Und dann kommt ein L raus. In Henry. Und das rechnen wir jetzt mal 1 E6. Um das im Mikro Henry umzurechnen, sind das 42. So, jetzt kriege ich zum Verrecken nicht dieses Oktavfenster hier kleiner. Wie kann das denn sein? Neuigkeiten. Wie kann ich das? Das kann auch nicht sein, dass ich das nicht kleiner kriege. Na ja. Also, ich weiß nicht so richtig, was hier passiert ist. 4Pi 182, das passt ja irgendwie. 0,8 Dings. Verrat passt auch. Das Ergebnis passt eben irgendwie vorne und hinten nicht. Also, entweder ChatGPT hat ja irgendwie ein Quadrat vergessen. Oder weiß nicht was. Also, hier kommen 42 Dings raus. Wir nehmen jetzt mal dieses Ergebnis hier. Packen das in die Antwort rein. Sagen prüfen. Wissen schon, dass es falsch sein wird. Und die richtige Antwort ist 42,5. Ja, das, was wir auch in Octave ausgerechnet haben. 42,5. Na gut. ChatGPT irrt. So. Nächste Seite. Also, jetzt wird es langsam schwammig hier. So, das ist eine schöne Frage. Die habe ich extra nur in den Test reingenommen, um die von ChatGPT beantworten zu lassen. Ich mache einen neuen Chat auf und frage. Hier, du kennst doch bestimmt die Maschenstromanalyse als Berechnungsverfahren. Da beschreibt man die Schaltung durch ein Gleichungssystem, schreibt es in Matrixform auf. Und dann gibt es eine Maschenwiderstandsmatrix, die wird multipliziert mit dem Spaltenvektor der gesuchten Maschenströme und ergibt den Vektor der Spannungsquellen. Und jeder Widerstand hat verschiedene Einträge in der Matrix, in dieser Maschenwiderstandsmatrix. Und jetzt ist die Frage, wie oft kann der Widerstand insgesamt auf der Hauptdiagonale und den Nebendiagonalen dieser Maschenwiderstandsmatrix stehen? Und das soll man mal schön in Satzform beantworten und begründen. Mal gucken, was ChatGPT schreibt. Insgesamt jeweils zweimal auftreten auf der Hauptdiagonale stehen Elemente, die den Widerstandswert eines Widerstandes darstellen. Da jeder Widerstand genau einen Wert hat, kann er nur einmal auf der Hauptdiagonale auftreten. Aha, 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 auf den Nebendiagonalen stehen Elemente, die die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Widerständen repräsentieren. Da die Widerstandsmatrix symmetrisch ist, sind die Einträge gleich, das stimmt. Also die Nebendiagonalen, also sagen wir mal so, gucken wir mal, der erste Satz ist Quatsch. Der Widerstand kann da viel häufiger stehen, der kann da so oft stehen, wie die Matrix Einträge hat. Weil wenn ich die Maschen so wähle, dass an dem einen Widerstand, um den es jetzt mal geht, jede Masche mit jeder Masche verkoppelt ist, dann ist dieser Widerstand Teil jeder Masche und koppelt auch jede Masche miteinander. Das heißt, er steht auf allen Einträgen, der Hauptdiagonale auf einen Einträgen der Nebendiagonalen. So, auf der Hauptdiagonale stehen die Elemente, die den Widerstandswert eines Widerstands darstellen. Das ist, würde ich sagen, auch Quatsch, da stehen die Elemente, die Widerstände in der jeweiligen Masche. Da jeder Widerstand genau einen Wert hat, kann er nur einmal auf der Hauptdiagonale erscheinen. Naja, er kann einmal in jedem Eintrag der Hauptdiagonale erscheinen, aber häufiger so oft, wie die Hauptdiagonale Einträge hat, wie die Scheidung Maschen hat. So, auf den Nebendiagonalen stehen Elemente, die die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Widerständen repräsentieren, würde ich auch sagen, ist auch Quatsch. Da stehen die Wechselwirkungen zwischen den Maschen. Die Matrix ist symmetrisch, das stimmt. Einträge unterhalb oderhalb der Hauptdiagonale sind gleich, das stimmt. Wenn er mit einem anderen Widerstand in derselben Schaltung verbunden ist und kann erneut auf der unteren Nebendiagonale erscheinen, wenn er mit einem anderen Widerstand auf einer anderen Masche der Schaltung verbunden ist. Naja, das ist so ein bisschen wischiwaschi. Insgesamt kann ein Widerstand jeweils zweimal stehen. Naja, also ich würde behaupten, dass ich diese Antwort dann bei der manuellen Kontrolle der studentischen, ich paste das jetzt mal hier rein, sowas in der Art auch mehrfach gelesen habe. Das ist aber, naja, gefährliches Halbwissen, würde ich mal sagen. Klicken wir mal auf nächste Seite. So, hier haben wir wieder den ohmsch induktiven Verbraucher. Das war der hier mit Leistungsfaktor berechnen. Jetzt ist die Frage, welchen Blindwiderstand. Oh, jetzt habe ich hier schon wieder ein Problem. Das lädt nicht hier. Leistung und Widerstand. Meine alten Antworten sind nicht mehr da. Habe ich schon kaputt gemacht für heute. Ah ja, jetzt ist es auf einmal wieder da. So, welchen Blindwiderstand muss ein dem Verbraucher parallel zu schaltender Kondensator besitzen, damit er den Leistungsfaktor auf 1 erhöht? Klassische Leistungsfaktor-Korrekturfrage. So, um den Blindwiderstand zu berechnen, sagt ChatGPT, müssen wir den Verbraucher parallel schalten. Das ist schon mal richtig. Der hat diese Reaktanz, das stimmt. C ist die Kapazität, 2 mal P mal F ist die Kreisfrequenz. So, und jetzt, tja, der Leistungsfaktor. Jetzt kommt nochmal der Leistungsfaktor, um den auf 1 zu erhöhen. Jetzt sagt P muss genauso groß wie S werden. Boah, jetzt kommt hier so eine Herleitung, die ist so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, würde ich sagen. P gleich S setzen. Quadrieren wir beide Seiten der Gleichung. Okay, so. Also, das ist jetzt aber hier richtig, da insgesamt muss dann die Blindleistung 0 werden. Und wenn die Blindleistung 0 wird, müssen wir die induktive Blindleistung des Verbrauchers mit dem Kondensator kompensieren. Das ist sehr richtig. So, und das heißt, wir müssen, dass da Q ist 1, das stimmt jetzt wieder nicht. Das ist genau der gleiche Fehler, den wir oben schon mal hatten, hier bei der Geschichte hier. Ähm, das, das ist auch falsch, ja, oder, also das hier oben ist auch falsch. Da fehlt die Spannung in der Gleichung. Und genau so ist hier die Formel auch falsch. Das ist die, die Reaktanz, aber nicht die Blindleistung. So, und deshalb setzen wir das ein, ähm, kommt was raus und jetzt rechnet das uns ja auch hier was in Farad raus und nicht in, nicht in Ohm. Ähm, tja, da ist, also, bis hier ist es irgendwie ganz gut, hier ist es wieder falsch. Hier mit dem Ergebnis können wir jetzt ja irgendwie gar nichts anfangen. Also, wir könnten jetzt natürlich mal das rückwärtig einsetzen und sagen, ähm, hier, wir machen mal 1 durch 2 mal Pi mal 58 mal C und setzen das für C ein. Ja, also ich sag mal, ich geh mal in mein, ähm, in mein Octave rein, was ich leider nicht kleiner kriege, sage, C ist jetzt das hier, mit einem Komma natürlich, äh, also mit einem Punkt statt des Kommas. F waren 58 Hertz, dann ist Omega ist 2 mal Pi mal F wieder und dann können wir rechnen 1 durch Omega mal C, das müsste ja dann die Reaktanz dem Widerstand ergeben. 64, irgendwas Ohm, machen wir mal Copy und, äh, packen das mal hier rein und das ist, erscheint mir aber auch falsch, also die Kapazität hier stimmt nicht. Wie gesagt, die Formel hier ist einfach Quatsch. Prüfen wir mal, das müssten viel mehr sein, das müssten, genau, irgendwas so im 100 Bereich sein, ein paar hundert. Okay, also ChatGPT hat stark angefangen und stark nachgelassen. Jetzt kommt die nächste, äh, Frage hier zum Maschending, jetzt riecht das wieder vor, die Maschenstromanalyse. Nämlich, wie oft kann der Widerstand maximal auf der Hauptdiagonale auftauchen? Das hat es ja hier schon so ein bisschen beantwortet, ähm, es hat gesagt, jeder Widerstand, da der nur einen Wert hat, kann ja nur einmal auf der Hauptdiagonale erscheinen. Mal gucken, ob es sich wiederholt an der Stelle. Es kann maximal einmal auf der Hauptdiagonale auftauchen und das ist Quatsch. Ähm, ja, wenn ein Widerstand in mehreren Maschen vorkommt und ich kann problemlos Widerstände so in die Schaltung reinpacken und die Maschen so ringsrum bauen, dass ein Widerstand in mehreren, in 2, 3, 4, eigentlich in allen Maschen vorkommt, äh, die man wählt. Also maximal einmal ist auf jeden Fall falsch, ähm, weil das würde ja heißen, das ist ein Widerstand, also es kann sein, dass ein Widerstand nur einmal drin auftaucht, aber der kann auch viel häufiger da auftauchen. Ich nehme jetzt das mal, kopiere das mal rein, ähm, das würde in der Bewertung aber 0 Punkte bekommen. So, okay, 10 Minuten habe ich ungefähr noch. Eine Parallelschaltung, das hatten wir jetzt glaube ich noch nicht, da muss ich mal ein neues Chatfenster aufmachen. Eine Parallelschaltung aus einem Widerstand und einer Kapazität wird von einer idealen Spannungsquelle mit einem bestimmten Effektivwert und einer Frequenz gespeist. Wie groß ist der Effektivwert des Stromes durch den Widerstand? Total schöne Frage, eigentlich muss man nur das Ohmsche Gesetz anwenden. Ähm, oh, und ChatGPT erzählt uns erstmal ein bisschen was vom Pferd und sagt, hier der Effektivwert, das ist der Spitzenwert durch Wurzel 2, das stimmt, aber das hilft uns jetzt überhaupt gar nicht bei dieser Aufgabe hier weiter, weil wir wollen ja einfach den Effektivwert haben. Und der Effektivwert ist ja schon gegeben, 16 Volt. Ähm, und jetzt sagt ChatGPT irgendwie, äh, Umax, 16 Volt durch Dings und dann setzt es aber, sagt, wenn wir den Effektivwert haben wollen, müssen wir den, also ne, für den Strom müssen wir den Effektivwert einsetzen. Was ich jetzt an der Stelle auf einmal spannend finde, äh, auf einmal stehen hier richtige Formeln. Also vorher stand ja hier irgendwie so 0,5 und auf einmal ist hier richtig wie in Latex getecht, stehen auf einmal hier richtige echte Formeln da. So, Ohmsches Gesetz passt, das passt aber nicht, weil hier müsste der Effektivwert stehen und nicht der Spitzenwert. Ja, wir rechnen jetzt, also die 236, wenn ich die jetzt mal in meinen Octave reinpacke und durch Wurzel 2 rechne, 166, das sollte da rauskommen. Ähm, wir nehmen jetzt aber mal den Wert, den uns ChatGPT gesagt hat, weil wir es ja nicht besser wissen, packen den hier rein, 236 Milliampere und das sollte falsch sein, denn die richtige Antwort ist 166, ja, das hat uns ja einfach nicht den Effektivwert ausgerechnet, sondern den Spitzenwert. Haja, so richtig verstehen, was ist verstehen, ähm, so richtig, richtig gut passt das hier noch nicht. So, jetzt haben wir wieder den Ohmsch induktiven Verbraucher. Wie groß ist der Blindwiderstand der, der Induktivität, jetzt lädt das, fällt hier schon wieder nicht so richtig. Ich gucke mal, doch, jetzt ist es da. So, ich, ich frage das mal nochmal, äh, klicke mal auf Absenden, Angabe in Ohm und gucke mal, es hat das, glaube ich, meines Erachtens schon mal zwischendurch irgendwie ausgerechnet, als wir hier oben waren. Ähm, hier bei dieser Geschichte, wie groß, um die Induktivität zu berechnen, hier, der Blindreaktanz, eigentlich kam hier, hat es schon mal 23,81 Ohm gesagt. So, mal gucken, 23,81 Ohm, es wiederholt sich und sagt 23,81 Ohm, ähm, was, glaube ich, meines Erachtens falsch ist, weil diese 0,2 Henry hier einfach falsch sind. Also, klicken wir mal auf Prüfen und das ist falsch. Äh, man müsste das anders ausrechnen. Die Formel da oben ist Bullshit. Okay. So, wie groß ist der Effektivwert des Stromes, der durch diese Reihenschaltung fließt? Können wir hier gleich weiterfragen. Ähm, und dann sagt uns das, okay, rechne mal U durch Z. Ah, naja, und jetzt setzt es aber die, ich glaube, der Widerstand war ja vorhin schon falsch. Die Spannung, äh, der, der, der Blindwiderstand ist falsch. Das ist einfach auch falsch. Ähm, also die Größenordnung passt, aber wir müssten eigentlich, was, was man viel besser rechnen könnte, sollte, dürfte, müsste, ist, wir rechnen das S hier, das passt ja. Ja, das S durch die Spannung, ja, die, also die 176 durch 173, da kommt was knapp über 1 raus und das ist hier viel mehr. Ähm, das ist garantiert falsch. Prüfen, okay, ist falsch. Wie ich sage, da kommt was knapp über 1 raus. 176 durch 173. Tja, ChatGPT, so richtig cool wird das hier nichts mehr mit uns, glaube ich. Nächste Frage zur gleichen Frage. Wie groß ist der Effektivwert des Spannungsabfalls über der Induktivität? So, naja, sagt uns hier, mach mal Strom mal Blindwiderstand, das passt schon mal. Ja, jetzt ist die Formel aber komischerweise nicht mehr getecht. Ähm, naja, falscher Strom mal falsch, mal falsche, falsche Induktivität, äh, oder falschen, falschen, falschen Blindwiderstand, basierend auf einer falschen Induktivität, kann funktionieren, muss aber nicht. Es könnte mal Glück haben, dass sich zwei Fehler genau gegenseitig aufheben. Ich, äh, also die Größenordnung passt, ne, es ist irgendwas, was kleiner ist als die 176 oder 173 oder so Volt, die das waren. Aber es passt auch so ungefähr dir zu dem Verhältnis zwischen Blindleistung und Wirkleistung. Aber ich glaube, es ist trotzdem falsch, es ist dann doch ein bisschen mehr. So, naja, gut, ein Widerstand. Äh, 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 hier ist eine duale Schaltung gefragt. Okay, das ist nochmal ein neuer Aufgabentyp, da muss ich hier nochmal auf New Chat klicken. Und jetzt habe ich noch ungefähr fünf Minuten. Um die duale Schaltung zu finden, müssen wir die Impedanz und Admittanz der Originalschaltung bestimmen. Die Impedanz, ich klicke das mal weg, äh, ist 18 Ohm, ja, das steht ja da. So, die Admittanz eines Kondensators in Siemens ist das, das ist schon mal grandios falsch, weil das ist die Impedanz eines Kondensators. Die Admittanz ist nicht 1 durch J Omega C, sondern einfach J Omega C, wobei J die imaginäre Einheit in Omega die Kreisfrequenz ist. In diesem Fall beträgt Omega gleich 1, da, uh, da muss man mal kurz abatmen. Ähm, da bewegt sich ChatGP jetzt aber auf ein ganz, 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 ganz dünnes 1, weil ich meine, wenn die, wenn die Kreisfrequenz 1 ist, ja gut, dann habe ich sowas wie irgendwie, ähm, 1 durch 2 durch Pi Hertz, dann schwingt das immer noch. Es ist auf jeden Fall nicht Gleichstromfall. Das ist alles grandioser Bullshit. So, die duale Schaltung hat nun eine Impedanz Z und eine Admittanz Y, also Z-Strich, Y-Strich. Wir wissen, dass die Impedanz 5 mal so groß sein soll, wie die Admittanz der Originalschaltung. Ja, das passt als Formel schon mal irgendwie. Jetzt setzen wir das ein. Können wir diesen direkt bestimmen? Der imaginäre Teil der Impedanz, das bedeutet, dass die Induktivität, also das erscheint mir alles sehr, sehr, sehr suspekt. Und das ist mit Sicherheit auch falsch. Achso, da müssen wir nochmal das Punkt durch ein Komma, ja, das ist was ganz anderes. Das ist nämlich einfach die 19 mal 5. Das sind schon Millifarad. Und wenn man die mal um Quadrat rechnet, werden daraus Millihendry, ja. Falsch, 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 falsch. So, ein Widerstand sind parallel duale Schaltungen. Wie groß ist der Leitwert in der Dualschaltung? Schön, dass das jetzt kommt. Ich nicht die Frage wechseln muss. Gucken wir mal, was ChatGPT jetzt losfabuliert. So, es sagt wieder was. Also, der Leitwert ist das Inverse der Impedanz. Interessant, dass Inverse kleingeschrieben ist. Das würde man eigentlich in einem Large Language Model vermuten, dass es links Rechtschreibung kann. Da wir bereits die Impedanz berechnet haben, können wir den Leitwert wie folgt. Naja, leider ist das hier schon falsch. Das ist auch irgendwie alles falsch. Das ist alles falsch. Hier fehlen ja auch die Einheiten. Und der Leitwert beträgt Minus J. Tja, das ist jetzt die Frage, ob ich das überhaupt eingeben kann. Also, wahrscheinlich wird das hier meckern und sagen, das ist ja nicht mal eine Zahl, was du mir hier sagst. Klicken wir mal auf Prüfen. Genau, sie müssen eine gültige Zahl eingeben. Naja, dann machen wir mal. Minus J ist ja so viel wie 1 durch J. Naja, gut, das hilft mir auch nicht. Ich mache mal das hier. Also, ich schreibe mal hier einfach ein Minus davor. Und dann kann man sich auch schon überlegen, oh, ein Leitwert negativ. Ne, das ist ja irgendwie alles komisch. Das kann jetzt nicht sein. Das ist auch kompletter Quatsch. Das ist einfach die 18 durch 5, wenn man sich das als Schaltung überlegt. 18 durch 5 sind 3,6. Okay, nächste Seite. Letzte Frage vielleicht. Ungefähr die Hälfte haben wir jetzt ja durch. Jetzt sind wir wieder bei dem ohmsch induktiven Verbraucher. Wie groß ist die Induktivität des Verbrauchers? Oh, ist auch schön, dass das hier irgendwie, dass das Dual Inductor genannt hat. Es ist ja immer spannend, nach was, nach welchen Kriterien Chatschip hier irgendwie die Chats nummeriert. So, jetzt lädt er hier nicht die alten Antworten. Das erscheint mir schon immer dann ein bisschen suspekt. Da sind sie. So, wie groß ist die Induktivität? 15. Frage von 30 Fragen. Um die Induktivität brauchen wir das 2 mal Pi mal F mal L. Das ist schon richtig. So, jetzt sagt das hier wieder irgendwie was dem Blindwiderstand wie zuvor berechnet. Ja, aber leider war das zuvor berechnete Ergebnis falsch, weil diese 0,2 mH und so, die waren ja auch falsch. Aber wir setzen die mal ein, 202 mH prüfen. Das ist falsch. Es liegt aber interessanterweise ziemlich dicht an der richtigen Antwort dran. Naja, ist aber trotzdem falsch. So, mit Blick auf die Zeit, ich muss leider für heute Schluss machen, weil ich einen kleinen Anschlusstermin habe. Also, ChatGPT hat interessanterweise die ersten drei Fragen grandios richtig gerechnet und dann eigentlich nur Quatsch produziert. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht nochmal, so wie hier, zwei, drei Fragen gibt. Gerade die, wo es um hier den Effektivwert, nee, wo es um diese Leistung im Widerstand hier mit der Rechteckpulsfolge, da war es ja irgendwie gut. Da kann ich mir vorstellen, dass es den Widerstand und den Effektivwert, der stimmt ja auch, dass es das nochmal richtig ausrechnet. Ansonsten, naja, also so richtig, wenn man keine Ahnung hat und einfach den Ergebnissen da traut, so weit kommt man nicht in den Test. Weil man so ein bisschen elektrotechnisches Grundlagenwissen mitbringt und zumindest die gröbsten Schnitzer aus den ChatGPT-Lösungen rausdengelt und nochmal selber im Zweifel in Noctave nachrechnet oder in Matlab oder einfach mit einem Taschenrechner, dann kann das vielleicht schon ganz hilfreich sein. Ich meine, auf jeden Fall, wir sind jetzt eine halbe Stunde dabei und haben ungefähr die Hälfte geschafft. Ich weiß nicht, ob hier noch eine Zeit angezeigt wird, jetzt wie viel Zeit ich noch hätte, aber, also man kommt auf jeden Fall relativ gut voran, aber so richtig, richtig super erfolgreich ist man damit auf jeden Fall nicht. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Quintessenz für heute. Damit sage ich ciao, ciao, schönes Wochenende und klicke damit auf Stream beenden. Und dann, wenn ich jetzt noch ein paar Minuten, dann kann ich noch ein paar Minuten, dann kann ich noch ein paar Minuten, Vielen Dank.